Ja, dann erkläre ich nochmal die Wiederholung. Dafür habe ich jetzt mir die Malstifte aktiviert. Hier unten ist Malstift, das funktioniert hier. Da hat man die Funktion Malstifte. Wenn man das hier auswählt, habe ich hier einen zusätzlichen Block. Als erstes schreibe ich mir ein kleines Skript. Da sage ich mal Leertaste. Wenn Leertaste gedrückt, alles löschen. Ich zeige dann nachher, warum das wichtig ist, dass man das vielleicht drin hat. Dann sage ich, wenn Fähnchen angeklickt, dann brauche ich meine Malstifte. Als erstes muss ich den Stift einschalten. Und dann sage ich, setze Stiftfarbe auf Blau. Jetzt brauche ich allerdings noch einen Stift. Den hole ich mir hier entsprechend. Irgendwo haben wir hier einen Pencil. Da haben wir den Zauberstab-Pencil. Was ich hier noch machen muss beim Pencil, und zwar bei Kostüme kann man das vielleicht sehen. Ich markiere mal alles und verschiebe den etwas. Und dann sehe ich, ich habe hier so ein kleines Steuerkreuz. Und da richte ich diese Spitze von dem Pencil hier aus. Weil mit diesem Steuerkreuz ausgehend wird praktisch diese Stift oder diese Malfunktion hier aktiviert. Jetzt würde dieser Stift von dieser Spitze ausgehend schreiben. So, ich baue jetzt mein Programm auf. Ich brauche erstmal ein Fähnchen. Dann brauche ich erstmal Schaltestift ein. Und dann setze Schriftstiftfarbe auf. Und dann brauche ich natürlich noch eine Bewegung. Hier sage ich mal, nehmen wir mal 100 und setze die hier so rein. Den Stift, den positioniere ich mal hier. Schauen wir mal, was passiert. Okay, ich habe hier also einen Strich. Mein Skript ist jetzt wohl gelöscht worden. Machen wir nochmal schnell. Wenn Leertaste gedrückt, dann lösche alles. Okay, also ich drücke die Leertaste und dieser Strich ist weg. Das heißt, ich kann immer wieder von vorne mit einem frischen Malbereich anfangen. So, ich habe jetzt einen Strich gemacht und ich möchte ja die Wiederholung erklären, wie man das entsprechend reduzieren kann. Also ich sage, gehe 100 Schritte. Dann drehe dich um 90 Grad. So, und wenn ich einen Quadrat haben möchte, dann müsste ich das jetzt Ganze viermal machen. Eins, zwei, drei. Ja, und eigentlich viermal. Ich habe ja vorhin schon mal angefangen. So, sage ich mal, alles löschen. Und wenn ich das hier auslöse, dann habe ich ein entsprechendes Quadrat. Wem das zu schnell geht, der müsste entsprechend noch eine Pause einbauen. Also hier immer wieder, warte eine Sekunde. Dann kann man eher mitverfolgen, wie der Schrittstift hier entsprechend schreibt. Also nochmal alles löschen. Und eins, zwei, drei, vier. So, jetzt fällt mir hier schon auf bei dem Code. Hier wiederholt sich was. Gehe 100 Schritte und drehe dich 90 Grad und warte eine Sekunde. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen. Das bräuchte ich gar nicht. Und könnte das Ganze in eine Wiederholung setzen. Also, wir halt da nicht. Hier. Und zwar insgesamt eins, zwei, drei, vier. Wenn ich also viermal wiederholen würde, gehe 100 Schritte, drehe dich 90 Grad, warte eine Sekunde, dann würde mir das ausreichen. So, löschen wir das mal nochmal. Leertaste und Fähnchen und dann habe ich genauso in weniger Code-Blöcken dieses Programm geschrieben. Okay. Okay. So, jetzt kann ich das. So, jetzt kann ich das.